Und, ja das ist jetzt ein Dankeschön, aber es sind viele, wir haben ein T-Shirt mit unseren Karikaturen, haben wir gemacht und das ist auch exklusiv für die Fans. Klingt toll. Und darum haben wir das Album auch zusammen stark genannt, zusammen stark, weil wir das zusammen mit den Fans gemacht haben. Super, super Idee. Christina Bach hat euch ja damals entdeckt, 2007 jahrelang gefördert, sie war im Sommer, ich denke, hier zu Gast, im Sommer 2014. Und vergangenes Jahr habt ihr... Ja, also wir hatten so eine Fusion her, Christina hat ja für uns Management gemacht, Produktion, und wir haben eine andere Fusion gehabt. Und da haben wir gesagt, okay, lass uns mal analysieren, man analysiert ja, man macht ja auch immer einen Fünfjahresplan. Und da waren die Ideen, die wir hatten, und die Ideen, die Christina Bach mit uns hatte, das war einfach zu weit auseinander. Und da haben wir gesagt, da können wir uns besser jetzt trennen, weil die Beträge, die waren dann auch ausgelaufen. Und da haben wir gesagt, wir können uns besser trennen, auf gutem Weg, und das haben wir dann im September auch gemacht. Also, aber auf gutem Weg, also es ist ja ein Fünfjahresplan, wir haben ja auch lange und so, ne? Eine ganz kurze Frage, weil du sagst, ihr seid zu weit auseinander gewesen, wie inwiefern, was wollte sie, was wolltet ihr? Kann man das kurz in zwei Sekunden sagen? Kann man das kurz in zwei Sekunden sagen?